Hallihallo meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen und herzlich willkommen hier zum Minecraft die Crayons Geist mit dem guten Kinsey der schon wieder nicht da ist immer wenn ich ihn zeigen will ist er nicht da so äh ja hier geht einiges ab die Mashi Queen habe ich in der letzten Folge noch am Schluss hinbekommen ich bin so ein Fuchs nicht so schlauer aber es stinkt genauso wie kann das sein dass ich fast am verhungern bin vielleicht hast du länger nichts mehr gegessen doch naja vielleicht so wir wollen redstone genau da waren wir ja das mache ich noch anders den nehme ich noch mal weg holen wir mal aus wie es hier mit dem Pulverizer aussieht wie und pulverize der denn noch cobblestone das sollst du doch gar nicht was ist da oben rein wie sieht denn 30 aus darf nicht zu äh dann sterbe ich beim unterfallen ich glaube das geht noch nicht nein das wäre wohl so machen wir das und so nicht lecken halte s s im oerst im oerst modet ihnen leben man kann ich immer noch bei der Omo sie das sekt Ach, mach das richtig. Was, meinst du mich? ist klar ich brauch roten stein die schwein wie könnte ich denn die redstone produktion noch beschleunigen mehr autonomes activator darunter da drüber daneben den stein ist aber glücker du doch nicht alles gut ich hatte dann auch da ist ja kein sieg mal wie findest du meinen reaktor bis jetzt schön schön herrlich was denn da drüben johann und umdruckte neun blöcke da in den neuen sind es nicht 26 nämlich an dessen hohlraum drin ja aber den geht es er geht noch weg der geht noch weg du na gut oho achievement get benchmarking wieder was wlan wie die da um so ich brauche eine riesenmenge treppen oh geil so polarizer muss jetzt mal hier ein bisschen umstrukturiert werden konfiguration input so wo kommen wir denn dahin mit maus gemacht ich sollte vielleicht erst wende ein paar zumindest jetzt ist der polen auch aus da ist es ja das front eigentlich wenn ich nicht schade kann ich mit umgehen nicht so gut so oh 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 wie geil bist du denn ja danke alter der bilderswand ist ein so geniales tool ja gut nicht ganz um zu aber zumindest die beiden seiten geiles ding geiles ding jetzt da noch ja das muss ich auch noch mhm 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 und dann das klappt so irgendwie nicht und dann und dann ja sehr geil sehr geil immer schön weiter dust sieben lassen denn wir brauchen ja roten stein mhm u noch 1 warum machst du da ach so das ist natürlich doof aber wenn ich dann hierher gehen aber dafür muss ich erst wieder da oh ein baum der muss weg der muss weg gerade mal überlegen wie ich das hier machen kann ich will die cobblestones quasi nochmal durch den pulverizer durchjagen aber ich glaube so funktioniert das gar nicht ah der ernt hat seine arbeit sehr schön nö so funktioniert das nicht ich muss wieder runter sonst bin ich gleich tot 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 kabel sturm da bist du ja aber hier könnte ich das machen da bist du ja von der die 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 wieder wenn ich schneller bauen wenn ich recht noch mit chester sehr sehr wenn der kind irgendwas kraft lässt er alles so stehen wie es da war ich trau mich nicht ich brauche wasser da unten hilfe ich habe ich habe dich durch kaut durchschaut na gut weiter geht's was tut er da muss rot werden und dann geht das ach verdammt die front kann man gar nicht konfigurieren dreh dich ja tust du los ja echt jetzt treppen gefallen mir nicht die treppen gefallen mir nicht warum kann ich den polarizer nicht drehen hier kann ich nicht doch verarschen ist es mir das wert dass ich dafür noch so was macht es funktioniert nicht mal was sollen das aber ich stehe da gehen wir noch ein bisschen das hier rein und dann noch mal ein beinzer das sieht aber auch scheiße aus na vier redstone schon mal das läuft ja langsam aber sicher warum ist der polarizer jetzt verdreht kack ding da müssen wir den halt abbauen von oben kommt blau da kommt nix da ist ausgang da nix ne jetzt ist genau falsch da muss gelb hin und da muss rot hin sehr gut nein mach doch nicht so was nicht tack hör auf schiff zu drücken du deppes dölpes rot sehr gut alles klar weiter geht's mit im dunkeln aber ich hab angst immer dieses gefummel da so jetzt lass mich muss mich leider auch gerade totlachen ähm okay ähm have fun und so also jetzt mal laut hier denken durch den hopper kommt gravel oder halt cobblestone danach dann macht er daraus sand und das geht nach unten so müsste eigentlich so jetzt mal wieder etwas mehr automatisiert sein als vorher okay warum lachen die es kaputt wenn die das nether portal bauen da ist verstehe ich nicht so ganz mh m m m m wie viel redstone haben wir mittlerweile oh 10 das läuft doch die holen wir uns mal zack vielleicht haben sie es versehentlich aus glowstone gebaut meinst du dann kommen sie in den eta nicht in den eta gibt es hier aber es gibt eine mod ja ich weiß aber dies hier glaube ich nicht installationiert reaktor wo waren wir ähm power tap brauche ich ach na du aber echt so ein power tap da hat da nichts zu suchen mehr steine brauche ich noch zwei chests und zwei pistons brauche ich noch die pistons ganze fisten kann man ja muss man aber nicht gleich wieder weg so mal gucken wir mal ob wir alles für pistons im system haben aber ich denke doch mal ja es reicht ja eigentlich ja finde ich auch hat reicht das reicht so das brauchen wir dann brauchen wir iron haben wir hier nix alu alu haben wir sehr gut und redstone so kann ich ihm jetzt auch sonst krieg ich den pisten jetzt aus dem kopf hin kann ich nicht so machen muss man machen das habe ich gemerkt ja so geil war es und schon wieder ein fehler wie eben sehr gut sehr gut sehr gut machen wir noch zwei kisten ich will eigentlich über die dinger kommen über die jungle bäume ist wenn die wachsen dann muss ich noch ein bisschen weiter hier so zack ich zack ich spack ich kommst du nicht dran kommst du nicht dran oder hat ach so ich darf noch nicht shift drücken alles klar ich muss noch mehr reaktor casings machen verdammt ich dachte du hättest genug ja und ich auch genau ich muss wohl noch eins nachmachen ok tschüss die zeit war schön mit dir ja den habe ich ja schon lange verbraucht ach so den habe ich ja schon lange verbraucht die ganze scheiß war in folge kleister das hier ist es ist jetzt fest fest ob der test das so gefällt weint nicht schnitt nicht noch einmal jetzt die ist die ist die ist die krevet 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 ok also eine lorium grafit grafit stahl stahl ok und dann brauche ich noch dann brauche ich noch dann ist das gute ding reaktor control ja ein bisschen kontrolle muss sein der kontrol freak jetzt dass die um die ohren fliegt da brauchst du noch ein reaktor casing ok funktioniert zack reaktor casing bäm 1 2 3 4 grafit gut alles richtig so reaktor kontrol ich glaube ich habe alles ich glaube ich habe alles das ist immer fein ok ist ein geh den pistenfilter herzahlen wir den witz schon genug ja also gut dass du es gemerkt hast und ich nicht sagen was was wird das da denn jetzt wie hoch bin ich denn jetzt jetzt habe ich keinen jungle baum ich wollte ja über den jungle baum kommen ich mache sicherheitshalber noch ein bisschen höher gehen wir noch ein bisschen weiter warum funktioniert schon wieder shift ich so ein ängstlicher mensch bin hat funktioniert der reaktor steht echt jetzt ist zwar noch offline aber das können wir noch hin krass also wenn du toka was ist das denn wie kann er bitte ein baum durch stein durchwachsen ist ein starker baum man ich habe schon wieder probleme mit bäumen vom ernte ach das behebe ich gleich das kann ja wohl nicht angehen wie mich das an nervt okay brauchen wir da eine kleine kiste nicht runterfallen zwei kisten 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 eine haben wir noch bräuchte ich noch eine zack eins zwei kisten 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 eine haben wir noch kisten 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 k Guide kipedia ist auch so hatte ich noch froh so 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 jetzt weitergehen Ich hoffe nur, der geht nicht hoch. Machen wir eine Reihe manuell. So. So. Ich muss ja immer noch höher, oder was willst du von mir? Du bist ein Kackbaum, bist du doch. So, da machen wir doch mal. Wie machen wir das da? Zack, verbindet das nicht? Ach, die Steine sind schon wieder alle. Oh je. Oh je. Das hier ist jetzt... Dann kommt Pool hin. Outlet Mode. Okay, dann muss das so... Oh Gott, ich brauche Steine. Das muss... So. Tüdelü. Oh, ich habe Clean Stone. Was mache ich denn jetzt mit Clean Stone? Nehme ich erst mal mit. Und Steine. Ah, ich wollte ja noch ganz, ganz viel Glas produzieren. Das mache ich auch direkt. Ganz, ganz viel? Ja. Ui. Ich habe nämlich im Keller noch so eine kleine Geheimkiste. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ach komm, das weg. Close Stone Dust. Mäh. Mäh, was kann ich denn noch wegpacken? Äh, ich glaube ich brauche dann Servo. Äh, ja. Nehmen wir noch ein Stack. Nehmen wir noch ein Stack weg. Dark und Eject Waste. Ja. Ach ja, ab in den Hopper damit. Zack, 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 zack. Ja. Gehen wir doch mal zum Notoker mal gucken, was der da so treibt. Ja, das war ja eine automatische Tür. Hast du eine Stahlrüstung an? Halt, stopp. Äh. Du darfst doch schon. Was passiert, wenn ich Rechtsklick drauf mache? Auf den Multiblock? Ja, dann kommst du ins Interface. Okay. Aber der arbeitet noch nicht. Ich brauche noch gerade ein Servo für alles richtig zu konfigurieren. Und dann sollte schon Energie bei rumkommen. Was hast denn so für ein Fuel drin? Ja, Gelorium. Ach, Gelorium ist radioaktiv, okay. Ja. Hoffe ich mal. Auf jeden Fall, nimm das an. Millibuckets per Tick. Was für Millibuckets? Ach so. Fuel burn operator, aha. Fuel reactivity. How heavily irradiated... Okay. High levels of radiation reduced. So, ähm. Okay. Activate. Waste must be manually ejected. Nee, nee, lass das schön alles auf Automatik. So, jetzt fängt er an Energie zu produzieren und hat dann irgendwann 10 Millionen RF gespeichert. Und die speichert er verlustfrei. Ja. Cooles Ding. Soweit das mit so einem kleinen Reaktor geht. Größere sind halt besser, weil man die noch kühlen kann und alles, aber das funktioniert auch mal mit so einem. Okay. Das ist, glaube ich, der niedlichste Reaktor, den ich je gesehen habe. Und hier links können wir dann ab dem Reaktor Power-Tab können wir Energie abgreifen. Und was kommt hier durch das Item-Dukt? Hier durch kommt Abfall. Abfall. Und was machen wir mit Abfall? Können wir damit Bomben bauen? Schmutzige Bomben? Cyanid kommt da raus als Abfall. Und das... Damit können wir noch einen besseren bauen später, aber erstmal nicht. Okay. So, dann habe ich hier mein Tagesziel erreicht. Schön davor stellen. Denn wir machen jetzt Abmord. Ich stelle mich vor mein Tagesziel. Das sieht nicht ganz so toll aus. Aber naja. Oh, Kind, sie sei doch nicht so... Es wird, es wird, es wird. Ich brauche buntes Glas und Glas. Also, Freunde der Nacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, in der nächsten Folge werde ich dann versuchen, radioaktive Bienen zu züchten oder sowas. Ne, keine Ahnung. Mal schauen. Auf jeden Fall danke fürs Reinhauen und schaut es das nächste Mal wieder an ein. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.